Hey Leute, willkommen zurück zu Rayman Origins. Ähm, ja, wir waren stehen geblieben bei, ähm, dem Level, der mit dem Strom schwimmt. Äh, ich hab jetzt länger nicht mehr gezockt. Vier Tage, glaub ich, oder so, weiß ich nicht. Ähm, der Weg der Faust, ja, gut, äh, wie viel... Ach, wir haben zwölf, okay, dann können wir da oben noch nicht hin. Dann werden wir, glaub ich, mal ein bisschen mehr zocken. Äh, Leertaste, und... Ja, so. Muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Und der mit dem Strom schwimmt, sowas. Und FPS, sei weg, oh man, ich bin so verpeilt, ne? Aber was ich, ah, was ich jetzt mache... Ähm, ja, okay. Führe deine Schmetterattacke auf elastische Oberflächen aus, um höher zu hüpfen. Achso, Schmetterattacke war die, weee. Yeah. Uah, zack. So, jetzt haben wir ein Herz. Das heißt, wenn wir getroffen werden, wo, äh, würden, werden wir keinen Schaden kriegen. Oder zumindest werden wir nicht sterben, ähm. Ne, sterben tue ich öfter. Ja, leck mich doch, wie, wie soll ich das denn machen? Ai, 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 uah, uah, uah. Du kannst ja auch, wie, ey, uah, 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 uah. Uah, 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 uah. Ja, achso. Wohin, W, geht es hoch, ne? War hier in Secret runter, oder warum? Auch verdammt, ich glaube, ja. Du, 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 du. Oh, zack. jetzt sind in games von ein bisschen lauter gerät dass ihr nicht nur mich hört sondern hier auch mal was vom spielgeschehen wie ich verstehe noch nicht was die blumen sollen ich verstehe das nicht und die löser dann kommt um die löser nachher sound ist cool also wie ich doch verdammt da ich durchschmettern müssen jetzt müssen wir tauchen da kommt das wohl noch also ich hoffe mal das kommt noch doch es wird auf jeden fall kommen ich bin voll ich hab das doch in der demo gezockt jetzt mach ich mal so ein aufladen schlag oh mann die laufen ja so auf mich zu ich kannte die ja erst ich glaube ich habe erst vier gegner von denen besiegt ach egal das heißt wo ich so oder so nicht aber den loben ach so das war aber gut aber ey da war ein loben ich bin da ich kann ehrlich bin ich doch nur brauche ich bestimmt irgendwas also so wie das schlagen und so ein upgrade und sagt die Nummer drei raus so ein bisschen aus ausmacht aber ihr kennt mich ja ich achten Sieg wird geil natürlich so nicht gefunden da sieht man mal wie die blödheit doch siegt oh gut ich war klein genug erhilfe ich dachte schon ich hau mich jetzt tot jay und wir haben wieder den ersten käfig von drei jay freut euch ihr kinder freut euch sehr verdammt die melodie ging ganz anders ok wir müssen hier wieder hoch 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 hier doch sicher etwas sein Lannan Leider nicht also sind diese komischen Typen gegen diese Lums oder was ist Sächter so ich da muss entnehmen nein nein genau man nicht und uns kriegen das wollen so was ist jetzt hier ne kann ich nicht ok dann gehts weiter du 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 wow ui ich hätte schon fast nicht reagiert nein da wollte ich Moment so einen Riesenschwung ok zack ähm dann kann ich wohl da nicht weg und dann muss ich da aaaaaaau ok danke das ist eh ich wusste dass da ganz wissen das weiß ich soll jetzt aber jetzt boah das war sauknab ey aufladen und uah ich hab auch so ein special sauber trick ne weißt du so ein bisschen super so ein voll krass so wow äh ey ja rayman du musst schon so ein richtig st kann ich das nicht kaputt machen hey aber ah ich kann doch uah nein überhaupt du bist so doof ne wiederhaut mich das noch mal extra da schön rüber ey boah äh egal hier unten waren äh lumens das weiß ich noch ganz so vergesslich bin ich nicht und dann gehen wir mal hier wieder oben rum und das hier schrott und das hier und hier oh boah voll die kombo ey multi kill ui ey da unten ist ein herz das werde ich wohl brauchen denn ey ey ich konnte hoch geil geil ja boah wie versteckt ist das denn ey nein 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 ja ich muss da unten hin denn ich muss da unten hin denn ich werde ich gehe davon aus dass da das secret ist ich gehe ganz stark davon aus so hier nochmal die lumens und ich möchte irgendwie möchte ich doch gern das spiel komplett abschließen also zumindest jetzt nicht ganz komplett aber moment kann ich du nee ah ne hier ist wirklich nur ein herz okay na gut gut zu wissen denn ups ach moment nochmal ui ui und hier nochmal ey okay die 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 musik ehrlich ist die ist geil das merkt das wort wie zack ne 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 ich will hier rechts rein meine Freunde Ha, Secret. Ähm, ey. Wie hört damit auf? Ja, ich guck dich doch nochmal an, ey. So. Aber ganz ehrlich, wie soll ich da ein Hochform? Ach ja, ich kann ja in den Wasserstrom springen. Äh, springen. So. Boah. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hey. Opsa. Hey, yeah, ihr werdet frei. So, dritter Käfig. Das mit der Hochzeit habe ich auch noch nie geschafft, ne? Also, in der bestimmten Zeit hat er durchrasen. Aber ich denke, dafür muss man, äh, die Secrets auslassen. Und wenn überhaupt, wenn wir das überhaupt irgendwann mal machen, dann... Boah. Dann werden wir das Spiel durch haben, wenn, äh... Ich möchte schon gerne alle Kisten haben. Und? Was ist dahinter? Ach so, nur so. Hä, nur so. Da, la, 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 la. Hey, komm, da sind noch zwei Lums. Die sind voll wichtig, ehrlich. Ui. Warum ist das zugeklebt? Ich konnte es sonst irgendwann zurück, oder? Hey. Ich möchte das nicht. Ich verstehe das nicht. So, jetzt noch mein Herz. So, was erwartet uns hier? Ui. Wie kann man das sicher hoch, oder? Ne. La, 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 la. Ich komm nicht mehr mit. Ne, ne, ne. Wir machen das so und springen aus der Kasse. Hui. Wow, 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 wow. Boah. Wow, ich komm gar nicht mehr mit mit den Augen. So, das ist... Okay. Alter. Huh. Okay, da bin ich aus meinem Mittagsschliff und jetzt mal erwacht, ne? Ah, es ist Mittagsschliff, gerade bei dem Morgen. Voll schlimm, ey. Ah ja, und Vodafone, ne? Hat mal wieder seine Macken. Oh. Wow, zack. Yay. Ähm, Vodafone, ich erzähl mal eben. Vodafone hat seine Macken mal wieder, oder zumindest... Was heißt mal wieder? Ich hab's jetzt zum ersten Mal. Wir sind gerade erst zu Vodafone umgestiegen. Ich will jetzt auch keine Schleicherdung machen, denn das ist eher gegen Vodafone. Ja, die sind wieder mit dem Internet am verkacken, denn ich hab kein Internet. Das heißt, ich kann jetzt schön aufnehmen und nicht hochladen. Toll, ne? Ich hab bald 50 Bar mehr und ihr könnt erst... Ich schreib ganz weit hinten an. Ist das nicht voll doof. Yeah! Aber wir müssen bis hin hier feiern. Ja, äh, äh, 1354, das wird sich doch viel verschwächt haben. Ja! Ich hab... Leute... Ich hab... Nicht nur das erste Smiley. Nicht nur das zweite Smiley. Ich hab selbst... Ich werde das gleich sehen. Oh, ich frage mich so. mit dem Strom schwimmen. Ich glaub, ehrlich, für Zeit... Yay, 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 yay. Boah, wie das meine 17. Hör mal, eine neue Figur ist im schleichenden Baum verfügbar. Cool. Ähm, die sehen wir uns nochmal eben an. Oder... Wie sehen sie? Wir sehen sie im nächsten Part an. Das heißt, ihr werdet... Eine richtige Überraschung kriegen im nächsten Part. Selbst ich, denn... Dann werden wir die haltlosen Höhlen machen. Oh! Guck mal, wer da rechts ist. Wir müssen die haltlosen Höhlen machen. Wirklich, Leute. Ganz ehrlich. Okay, dann sehen wir uns bei den haltlosen Höhlen... Und dem neuen Charakter. Also, bis dann zum nächsten Part. Tschö!